13. Juli 2018 22.43 Uhr David Siegel siegte in Hinterzarten David Siegel ist zum zweiten Mal deutscher Meister im Skispringen. Der 21-Jährige setzte sich beim Mackenspringen in Hinterzarten vor dem Willinger Stefan Laie und Moritz Bär durch und triumphierte damit wie schon 2016 der Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste mit Rang 4 das Podest. Richard Freitag belegte nach einem schwachen ersten Durchgang nur Platz 10. Bei den Frauen landeten Juliane Seifert und Titelverteidigerin Katharina Althaus.gleich auf dem ersten Platz. Bronze ging an Giannina Ernst. Für beide Sportlerinnen war es bereits der jeweils vierte deutsche Meistertitel.